Wir sind gerade im TSHO111 auf der Fahrt von Traunstein nach Reitemwinkel, Linie 9509. Ich habe gedacht, ich kriege schon irgendetwas anderes, aber nein, muss ich einen Zetaro Ü ertragen. Ich bin für eine gute Freundin, ich fahre Erdbeerkörmchen in Doppeltraktion erwischt, die 3 IT426. Ich bin für eine gute Freundin. Ich bin für eine gute Freundin. Was macht das? Ja. Nein, nein, nein. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Ah, geil. Ciao. Gott. Ich bin für eine Ecke nicht genug, aber egal. Oh. Ja. Nächste Haltestelle. Traunstein Wegschalt. Okay. Ebenfalls auch New & Sarah an Bord. Ah, klar. Langkampst. Ach. Ich bin für mich. Also, ich bin für mich. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Ich bin für mich. So, jetzt geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Nächste Haltestelle, Agentur für Arbeit Nächste Haltestelle, RVO Traunstein, Betriebshof 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 Ich bin sicher nie am Amtserländer, ja, nie egal, schon jungen. Ja toll, hier runterroll ich, mache ich hier ein Koller. Nur ein bisschen auf, aber nein. Nächste Haltestelle, Elstädtort. Ich habe den Boden nicht unterwegs. Höfst. Ich muss mal wieder höfst. 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 Nächste Haltestelle, Temp Nuss. ja hi grüß dich na wo bist du ich bin gerade zwischen braunstein und reit im winkel unterwegs straßenbahn ja ist klar hast du hier unten schon mal schienen gesehen alles klar freut mich mal melden bis später mal so 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 Nächste Haltestelle, Maba. So, hier bin ich gerade mit einem Citaro U unterwegs auf der Linie 9509. TSH-O111. Letztes Jahr konnte dieser Wagen schon datentechnisch von mir notiert werden. Die genauen Daten habe ich aber leider gerade nicht zur Hand. So, hier bin ich gerade, hier bin ich gerade, hier bin ich gerade mal. So, hier bin ich gerade. Sehr gut. Hier bist du Besuch. Hier bin ich gerade. Hier bin ich gerade. Ich werde es hier bin. Musik Nächste Haltestelle, Grabenstedt-Siedlung Sarah kann hier überhaupt nicht betonen, Grabenstedt-Siedlung Warum, ja egal Nächste Haltestelle, Grabenstedt-Marktplatz Nächste Haltestelle Doppelkampen 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 Nächste Haltestelle Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das war mir so klar, dass ich jetzt da kurz weiter fahren würde, aber ich beschwere mich einfach nicht, dass es auch mal schön ist. Wir sind gerade ein Stück über die an Neuen gefahren. Fahrt Richtung München. Nächste Haltestelle. Feldwies, Anzweigung, Autobahn. Feldwies. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung, Seer-Rosenweg. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung, 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 Ann repentance. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Nächste Haltestelle, übersee Apotheke. Wir sind in Amerika, okay. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Nächste Haltestelle, übersee Ballhof. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Nächste Haltestelle, Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Feldwies, Abzweigung Rheinstraße. Nächste Haltestelle, Feldwies. Naja, jetzt packen wir jetzt gerade 10, 2 Euro, 8 Grad, Schluck, ZI, 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 Nächste Haltestelle, Übersee, Evangelische Kirche. Oh nein, es hat nur eine Stunde und fünf Minuten mit der Gurkirche. Ne, ne, naja, egal, ich beschwär mich besser nicht, weil zum Zittau fahren komme ich eigentlich nicht her.